Auflösen eines Bienenvolkes Bist du auf Facebook und interessierst dich für die heimische dunkle Biene? Dann bist du genau richtig in unserer Gruppe. Hier bekommst du alle Informationen aus erster Hand. Herzlich willkommen in unserer Facebook-Gruppe Nordbiene, unsere heimische dunkle Biene. Link in der Videobeschreibung. Guten Morgen meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem Kurzvideo hier auf nordbiene.de. Wie wir ganz eindeutig am Bienenflug hier erkennen können, ist das Blätterstockvolk leider nicht mehr existent. Es hat es nicht mehr geschafft. Die Bienen, die hier rumlungern, das sind hauptsächlich Räuberbienen, die versuchen hier einzudringen. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieses Volk praktisch hier nicht mehr existent ist. Ganz wichtig ist ja im Frühling immer die Fluglochkontrolle, die Fluglochbeobachtung. Und manch einer, der mag das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen, aus der Entfernung betrachtet, mag manch einer vielleicht denken, Oh, wie schön, die Bienen fliegen hier. Aber das Volk, wie gesagt, das existiert praktisch nicht mehr, denn die Räuberbienen sind hier ganz massiv aktiv. Dieses Volk oder diese Waben, die gehören nun aufgeräumt, ausgeräumt, vielmehr ein bisschen sauber gemacht, dass hier keine weitere Räuberei stattfindet. Denn wir wollen ja hier die Ausbreitung der Räuberei und damit auch die Ausbreitung von Krankheiten vermeiden. Das ist auch so vorgeschrieben und das machen wir jetzt. Zum Hintergrund nochmal, es zeigt mir wieder, dass die Umweiselung von fremdrassigen Bienenvölkern meistens misslingt. Gerade hier die Umweiselung des Sizilianischen Bienenvolkes mit einer Nachzuchtkönigin der dunklen Biene. Wenn das Bienenvolk keine Königin, keine andere Königin haben will, andere Genetik, dann kann der Imker machen, was er will. Das Volk nimmt einfach keine Königin an. Wir haben ja hier zwei Versuche gehabt im letzten Jahr. Der erste Versuch ist sofort schiefgegangen. Ich verlinke hier oben rechts zum Video. Und der zweite Versuch mit der Zweitschlupfzelle, der hat zunächst geklappt. Das Volk war ja hoffnungslos weiselos. Hat die Königin wohl zunächst angenommen, daraufhin dann wohl aber die Königin abgestochen, nachdem sie ein paar Eier gelegt hat und daraus dann eventuell eine Nachzuchtkönigin gezogen, die dann aber nicht mehr begattet wurde, weil das zu spät im Jahr ist. Das ist so meine Vermutung und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, keine schöne Arbeit. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. So, es steht alles bereit. Smoker, Stockmeißel, Bienenbürste und Eimer. Und das als erstes, und das ist ganz wichtig, wir machen erstmal das Flugloch zu. Denn sonst wäre die Arbeit umsonst. Ja, da ist nicht mehr viel. Das Volk ist hinüber leider. Ja, so, Flugloch zu. Okay. Schön mit Schaumstoffstreifen. Können wir auch vorne nochmal zuklappen. Ja, sehr schön. Sinn der Übung ist ja, dass wir hier alles sauber machen, die Altwaben entsorgen, die letzten Bienen auch noch, die Altbienen. Keine schöne Arbeit im Frühling, aber muss auch gemacht werden. Das ist Imkerarbeit. So, hier muss alles raus. Genau. Obwohl, da sind noch Bienen drin. Naja, schauen wir mal. Wir schauen uns das Volk mal an. Und da seid ihr dabei natürlich. So, Rauch ist da. Stockmeißel auch. Ja. Na, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ja. Naja, das sind noch Bienen aus dem Volk. Das sind keine Räuberbienen. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Die kommen erstmal in den Eimer. So. Okay. So. Ja, die haben auch Futter genug. Ich bin mal gespannt. Ja. So. So früh im Jahr habe ich, glaube ich, selten ein Volk geöffnet zur Kontrolle. Aber, wenn das so verdächtig ist, dann sollte das schon mal sein. Ja, Bienen sind drin, aber es brummt auch. Also die, die, ich will nicht sagen, dass sie heulen, aber ein auffälliges Brausen, das ist dann immer ein schlechtes Zeichen. So, dann wollen wir mal vorsichtig eine Wabe ziehen. Falls das Volk jetzt doch in Ordnung ist, das würde mich jetzt wundern. Ja. 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 Ja, unruhige Bienen, sterzelnd auch. Ja, das Volk ist wahrscheinlich leider, hier sehen wir Pollen, bisschen schwer zu sehen bei den Lichtverhältnissen. Aber durch das unruhige Heulen, ja, kann man schon hören, dass das Volk nicht in Ordnung ist. Das Volk ist weiselos. Ja. Pollen ist vorhanden. Aber wir sehen unruhige Bienen und, ja, Altbienen. Das Volk gehört aufgelöst, die sterzeln alle und das ist ein Zeichen für Weiselosigkeit. Muss leider aufgelöst werden, das ist leider so, da ist nichts mehr zu retten. Ja, schade. Von der Stärke her hätte es vielleicht gerade noch gegangen, aber da ist entweder gar keine Königin drin oder eine unbegattete. Ja, ne, das sind zu wenig Bienen, das ist klar. Ja, Pollen ohne Ende, wie wir hier sehen, also das ist alles Pollen, aber das wird aufgeräumt hier. Da wird nichts mehr. Ist leider so. Ja. 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 Alles Pollen. Hier oben sieht man schon im oberen Bereich beräuberte Futterzellen. Und damit das nicht schlimmer wird, auf jeden Fall das Volk auflösen. Die Waben erstmal bienensicher verstauen, hier in der Plastikbox mit Deckel drauf natürlich. Und dann werden die Waben eingeschmolzen. Ja. Okay. So, meine Lieben, ich mache jetzt ein bisschen Arbeit. Wenn es interessanter wird, dann hole ich euch wieder dazu, denn das wird jetzt ziemlich uninteressant hier. Bis gleich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Ja, wie vermutet, Königin wurde nicht angenommen, keine Brut im Volk vorhanden und das bestätigt meine Vermutung, dass diese Königin nicht lange gelebt hat, die zweite zugesetzte Königin hier und es bestätigt auch meine Erfahrung, dass es ganz schwierig ist, fremdrassige Völker umzuweiseln, gerade bei der Sikulabine, die nimmt praktisch keine anderen Königinnen an. Es ist fast oder fast 100 Prozent unmöglich, ein Sikulafolk umzuweiseln erfolgreich. Das funktioniert nicht, das hat auch die letzten Jahre bei mir nicht funktioniert. Von daher ist das so ein Ergebnis. Dieses Volk, wie gesagt, weiselos und gutlos, wurde etwas beräubert und da war es dann notwendig, dieses Volk hier sauber zu machen. Das existiert praktisch nicht mehr. Futter war genug vorhanden. Ja, wir haben hier noch ein paar Bienen, auch im Eimer. Und diese Bienen, das sind Altbienen hier. Es wäre jetzt ein Fehler, diese Bienen einem anderen Volk zuzugeben oder vor das Flugloch zu stoßen. Das würde ich nicht empfehlen, denn diese Bienen, die können auch Krankheitserreger in sich tragen. Jetzt werde ich hier ein bisschen angegriffen. Ist ja auch ganz klar, wir gehen mal kurz woanders hin. Von daher werden diese Altbienen jetzt ins Gras gestoßen, fernab des Bienenstandes. Und diese Bienen, die würden ohnehin die nächsten Tage und Wochen versterben hier. Eine Verstärkung oder eine gute Spritze für ein gesundes Volk wäre das auf keinen Fall. Von daher bitte Altbienen aus aufgelösten Völkern niemals guten Völkern einlaufen lassen zu wollen oder vor das Flugloch zu stoßen. Das wäre ein eindeutiger Imkerfehler hier. Tja, meine Lieben, ich dachte, ich komme dieses Jahr ohne einen Verlust aus. Aber ein Verlust bei circa 20 Völkern ist immer dabei. Leider. Und das ist ein bisschen Pech. In diesem Fall natürlich Ursache ist der Imker, ist ganz klar. Ich hätte das Volk natürlich nicht umweiseln müssen, bloß ich wollte auch hier eine dunkle Biene drin haben. Und das ist schiefgegangen und ich verlinke wie gesagt oben rechts hier im Video zu den Videos vom letzten Spätsommer und Herbst. Dann könnt ihr euch das Drama mal anschauen. Der Verlust ist es eigentlich kein großer Verlust. Wie gesagt, ich habe Bienen genug und die Vermehrungszeit, die steht uns bevor. Auch die Schwarmzeit steht uns bevor. Und in dieses Blätterstockvolk, da möchte ich jetzt demnächst einen schönen Vorschwarm möglichst einer dunklen Biene F1 einlaufen lassen. Ihr seid natürlich wieder dabei. Dieser Blätterstock, der wurde jetzt ganz grob gereinigt. Wichtig ist hier Bienendichter Verschluss. Wichtig ist, dass wir da auch jegliches Futter und alle Waben rausgeholt haben. Also wie gesagt, erst mal nur ganz grob gereinigt. Die richtige Reinigung, die erfolgt dann, wenn die Räuberbienen diesen Bienenstock hier vergessen haben, in Anführungszeichen. Also so im April, März, April vielleicht. Ja, meine lieben Bienenfreunde. Kein schönes Video, aber ich mache noch ein paar schöne Szenen heute. Dann können wir uns auch über das nächste Video wieder ein bisschen freuen. Aber wie gesagt, diese Arbeiten, die müssen auch gemacht werden hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls euch das Video dennoch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement. Dann mit Glocke aktivieren am besten, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein neues Video von mir gegeben hat. Und das war glaube ich schon wieder der Zaunkönig, oder? Ne, das war nicht der Zaunkönig, aber so ähnlich. So, bis zum nächsten Mal hier auf Nordbiene.de. Tschüss!